Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Diesmal aus dem Wald. Gleich ein bisschen Jogging, aber was ich noch mache, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, ich laufe jetzt gleich noch ein bisschen. Mal gucken, laufe ich ein bisschen warm. Ich kann ja nicht so weit laufen, weil mein Knie ja lediert ist, aber ich habe hier Handschuhe dabei und kann ein bisschen Workout auf dem Waldboden machen. Liegestützen und was mir sonst noch einfällt. Mal schauen. Jetzt geht's los mit der Musik. Jetzt geht's los mit dem Augen. Da ich honor über die Musik. Bis zum nächsten Mal. Da geht's los mit dem отно, wie fühle ich mich drauf. Da geht's los mit dem Namen. Da geht's los mit dem Moment, das ist mit dem Handy, der es Aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.